so die sitze sind fertig also die teilholz dinger sind fertig gestrichen die kommen auf die seite ich habe hier schwarz blau gemacht das sind die halterungen für die sitze das sind die seitenteile von der sitzen jetzt gehe ich schnell rüber hier so hier ist auch fertig schwarz blau die kommen jetzt auf die seite und da kommt das nächste holzteil dran das sind die hinteren stühle werde ich auch gleich einen film bringen ok